Willkommen zurück, meine Lieben. Es ist schon wieder was passiert. Ich habe mir neue Brillen gekauft, um die Dinge ein bisschen besser zu sehen. Und was ich sehe, ist eine extrem politisch aufgeladene Situation rund um Bitcoin in Amerika. Und das möchte ich mir heute anschauen. Mit den ganzen Hintergründen, auch geschichtlich, kommt nach dem Petrodollar, der Bitcoin-Dollar, was heißt das überhaupt? Und warum könnte das zu einer Spaltung, einer kleinen Krise, vielleicht sogar einem Krieg in der Bitcoin-Szene, in der Bitcoin-Community führen? Um mich ein bisschen anzuleiten und ein paar Fragen zu stellen, habe ich den Johannes eingeladen. Servus Johannes. Servus Nico. Ganz liebe Grüße nach Wien. Ihr kennt ihn aus unserer Serie, die wir gemacht haben über Bitcoin und Bewusstsein. Wir sind gerade zusammengesessen und er hat gemerkt, hey, der Nico ist so beschäftigt mit diesen Themen gerade. Er kann jetzt mit mir über nichts anderes sprechen. Er muss jetzt quasi herhalten als mein Sparring-Partner. Johannes, du bist so vorbereitet, wie man vorbereitet sein kann. Ich habe gesagt, lass uns reden über Bitcoin und Amerika. Nächste Woche ist Trump in Nashville bei der großen Konferenz. Trotz Attentatversuch. Was weißt du oder beziehungsweise was interessiert dich am meisten? Wo können wir anfangen? Ja, also vor allem finde ich es erstmal spannend. Du interviewst ja in deinem Podcast immer andere Menschen und heute wollen wir es mal eben umdrehen. Deswegen würde es mich jetzt in erster Linie interessieren. Trump, Nashville, Bitcoin. Kannst du uns mal abholen, was passiert eigentlich gerade da aus deiner Sicht? Also was ist so deine Sichtweise dazu? Was passiert in Amerika? Wie entwickelt sich auch gerade diese ganze politische Dynamik rund um Bitcoin? Magst du uns einmal einen gemeinsamen Einblick geben? Es ist unglaublich spannend und es ist so spannend, dass ich es schon fast gar nicht glauben kann, was sich da in Echtzeit gerade tut. Also wir sehen gerade, wie offenbar versucht wird von den USA, Bitcoin zu nutzen. Das ist einerseits positiv und andererseits fragwürdig. Positiv deswegen, weil Bitcoin vom, sage ich mal, Establishment ernst genommen aufgenommen wird. Und natürlich die meisten Menschen in Bitcoin sind von Number Go Up. Das ist einfach so und das wird positiv gesehen. Aber gleichzeitig ist dann wirklich die Frage zu stellen, was bedeutet das für Bitcoin als selbstständiges Zahlungsnetzwerk? Und langsam kommen so die Fäden zusammen. Man sieht das auch in einem, sage ich jetzt mal, Diskrepanz zwischen der Sichtweise, wie sie Michael Saylor bringt. Bitcoin als Kapital, Bitcoin als Store of Value, Bitcoin auf die Bilanz nehmen und Bitcoin nutzen, um den Kapitalismus zu rekapitalisieren und auch das Dollarsystem zu rekapitalisieren. Und auf der anderen Seite, Leute wie zum Beispiel Jeff Booth, der letztens auch gesagt hat, er ist der andere Meinung als Michael Saylor. Der sagt, nein, wir bauen da ein ganz komplett neues Finanzsystem, ein neues dezentrales Finanzsystem auf, das mit allen Vorteilen die Bitcoin, vor allem in der Hardcore-Bitcoin-Szene versprochen hat. Und es ist ganz schwierig, da zu unterscheiden zwischen diesen beiden Wegen und beiden Lagern, weil sie sich natürlich zum Teil überlappen. Und weil wir ja alle das Interesse haben natürlich, dass Bitcoin auch ernst genommen wird. Das heißt, Trump stellt sich hin und sagt, er will, dass die Bitcoin in Amerika gemeint werden. Trump stellt sich hin und sagt, er wird dafür sorgen, dass wir Bitcoin nutzen können. Wir haben die ETFs von BlackRock gesehen, das heißt, die Wall Street nimmt Bitcoin voll ernst als Store of Value und als Asset. Aber gleichzeitig sagen sie, naja, haltet nicht eure eigenen Keys, haltet sie vielleicht bei uns. Und das ist so diese Diskrepanz, die sich jetzt anfängt, auch durch die Bitcoin-Community zu ziehen. Und ich sehe da auch eine potenzielle Spaltung in relativ naher Zukunft auf uns zukommen, weil man muss das Ganze mal in historischen Kontext setzen. Worum geht es wirklich? Es gibt ja das Buch Bitcoin-Dollar, Mark Goodwin lese ich gerade, könnte ich jetzt aus der Tasche ziehen, wenn sie jetzt hier wäre, sonst würde ich jetzt aufspringen, aber sie ist da drüben in der Tasche. Hat auch gerade einen Podcast gemacht bei Peter McCormick. Im Grunde, das Konzept von Petro-Dollar haben wir schon ein paar Mal angesprochen. Kennst du das Konzept von Bitcoin-Dollar? Kennst du das Konzept von Petro-Dollar? Ja, ja, klar. Amerika sichert quasi ihren Dollar durch die Ölforderung ab, dass alles in Öl in Dollar berechnet wird. Und ein sehr, sehr spannendes Konzept, um sich damit eben abzusichern, ja. Also vom Goldstandard quasi zum Petro-Dollar, dieser Übergang, ja. Ja, genau. Grundsätzlich geht es um die Frage vom Goldstandard zum Ölstandard zum Bitcoinstandard, ja. Und ich weiß, dass das letzte völlig verrückt klingt, aber ich nehme es inzwischen ernst. Ich nehme es wirklich ernst, weil es ist, da spielen dann auch zum Beispiel Stablecoins und auch Krypto wieder hinein. Das ist auch ganz interessant, dass ja Krypto eben nicht jetzt abgeschaltet wurde von der US-Regierung, sondern Ethereum, ETF, bla 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 offenbar weiterhin eine Existenzberechtigung hat. Okay. Goldstandard relativ klar, ja. Du hast Gold als Basis der Weltwirtschaft. Das war über viele Jahrzehnte, teilweise Jahrhunderte orthodox. Vor dem Zweiten Weltkrieg, vor dem Ersten Weltkrieg, war für die Notenbanker der damaligen Zeit der Goldstandard das Ding. Also da gab es auch gar keine Debatte darüber. Die Debatte kam eigentlich erst nach dem Ersten Weltkrieg auf mit Keynes und so weiter, weil damals der Versuch, zurück zu Gold zu gehen, auch viele Probleme verursacht hat. Also zum Beispiel hat sich, die Briten haben sich da ins eigene Bein geschossen, weil sie nicht einsehen wollten, dass die Inflation der Kriegszeit aus dem Ersten Weltkrieg einberechnet werden muss. Und man ist wieder zum alten Preis von vor dem Ersten Weltkrieg zurück zu Gold gegangen und war damit nicht mehr wettbewerbsfähig international. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg ist der Goldstandard dann verändert worden durch Bretton Woods. Das ist das berühmte 1944-Ding. Du hast den Dollar, setzt du auf Gold und dann setzt du den Rest der Weltwährungen auf dem Dollar auf. Das heißt, du hattest dann statt Gold als Reserve, hattest du dann institutionalisiert, gab es vorhin mit dem Pfund auch schon zum Teil, aber dann institutionalisiert hattest du auch die Möglichkeit, Dollar statt Gold zu halten. Was natürlich wiederum den Amerikanern die Möglichkeit bietet, Geld zu drucken. Die Franzosen haben das als exorbitantes Privileg bezeichnet, aber die Wahrheit ist auch, man muss das auch vor dem Hintergrund der Spaltung sehen. Sowjetunion gegen Westen, Osten gegen Westen, am Ende des Tages braucht es im Kriegsfall, sage ich mal, jemanden, der Geld drucken kann. So ticken die, so denken die. Und da haben sie eben Amerika als die Option gesehen. Okay. Bretton Woods hat mehr schlecht als recht funktioniert. Die Franzosen waren von Anfang an nicht wirklich dafür. Die Deutschen haben es unterstützt, haben es nachher bereut. Am Ende des Tages ist es 1971 dann mehr oder weniger zusammengebrochen. Wirklich zusammengebrochen ist es 1973. Seitdem der berühmte pure Fiat-Standard mit all seinen Auswirkungen, über die wir schon oft gesprochen haben. Aber ist er wirklich pur? Nein, er ist nicht pur, sondern er wurde ersetzt durch den Handel der wichtigsten Commodity, also des schwarzen Goldes. Zuerst haben wir richtiges Gold, dann haben wir schwarzes Gold, dann haben wir digitales Gold. Jetzt sind wir beim schwarzen Gold, in Dollar. Übrigens auch interessant, Trump spricht davon, dass das Bitcoin-Mining ins Land kommen soll. Er spricht aber auch davon, dass man nach Öl bohren soll, weil die Amerikaner, das war schon mit Fracking so und wird jetzt wieder so sein, nicht mehr angewiesen sein wollen und nicht mehr angewiesen sind auf das Öl aus dem Nahen Osten, weil sie es nicht brauchen für den Dollar, weil sie ja jetzt dann offenbar Bitcoin haben oder zumindest könnte das so sein. Der Petrodollar ist im Grunde nichts anderes als die Tatsache, dass 90%, 95% des gesamten Ölhandels in Dollar abgewickelt werden und dass jeder, der Öl braucht, Dollar bunkern muss. Das heißt, früher habe ich Dollar gebunkert statt Gold, dann habe ich Dollar gebunkert, weil ich Öl brauche. Und jetzt bunkere ich Dollar, weil ich Bitcoin brauche. Oder ich bunkere Dollar, weil ich eine Stablecoin laufen habe. Unter den Top 20, heute sind unter den Top 20 bereits die Stablecoin, Halter der US-Staatsanleihen sind bereits die Stablecoin-Firmen, so wie Tether. Und darum geht es. Es geht am Ende des Tages darum, ich brauche Usage, also Nutzen für mein Fiat Money, das muss um die Welt flaschen quasi, sich bewegen. Und damit andere es nutzen können, müssen sie wiederum meine Schulden kaufen, meine Staatsanleihen. Und die Amerikaner haben offenbar verstanden, dass in Krypto generell und mit Bitcoin spezifisch es möglich ist, den Dollar um die ganze Welt zu schicken. Das wiederum ist der Grund, warum die Chinesen und die Europäer so geil sind auf digitale Zentralbankwährungen und die Amerikaner nicht. Trump sagt auch, er braucht keine digitale Zentralbankwährungen. Trump sagt, wir machen unser eigenes Öl in Amerika und wir machen Bitcoin in Amerika und wir brauchen keine digitale Zentralbankwährung. Das heißt, sie setzen auf eine Welt aus Bitcoin und Stablecoins, wobei Bitcoin als das digitale Gold des 21. Jahrhunderts vom Dollar, sage ich mal, negativ betrachtet vereinnahmt wird. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich davon ausgehe, dass das ein ganz, ganz großes Thema sein wird, einerseits im positiven Sinne. Bitcoin ist endlich wer. Bitcoin ist jetzt angekommen in dem Mainstream und zwar wirklich. Und andererseits im Negativen, dass viele Bitcoiner sagen, wer ja Moment, aber wo ist denn unsere Privatsphäre, wo ist unsere notbetreibende, self-hosted Wallet-Welt, die dadurch wahrscheinlich jetzt hintertreffend geraten wird. Also kurz mal nachgefragt, aus Sicht von Amerika macht es ja Sinn, diesen Step jetzt mit Bitcoin zu gehen, um einfach ihre Macht weiter zu erhalten. Vom schwarzen Gold oder Geld zum, oder erst vom, nee, vom Gold, dann zum schwarzen Öl und jetzt zum Bitcoin. Also Amerika, aus Sicht von Amerika, Nico, wenn ich das richtig verstehe, macht Amerika alles richtig, um ihre Macht in der Welt weiter zu zementieren, oder? Ja, deswegen bin ich auch nicht so bullish, was eben die ganzen Versuche betrifft, der Bricks und so weiter, gegen den Dollar vorzugehen. Ich bin ja, ich habe das alles schon durchgespielt vor zehn Jahren und ich bin da nicht so, ich habe da auch die Diskussion gehabt mit Peter Kotosek, die führen wir auch sicher fort in unserer Serie. Er ist da auch ganz, ganz, ganz toll informiert und voll drauf, ja. Wobei er sagt, den Osten darf man nicht unterschätzen und ich würde ihn auch nicht unterschätzen, aber was sehen wir jetzt im Osten? Wir sehen, dass die auch Bitcoin wieder zulassen, dass die Chinesen jetzt auch sich Bitcoin wieder öffnen und jetzt gerade erst vor ein paar Stunden, Breaking News, dass auch das Bitcoin-Verbot in China aufgehoben werden könnte. Jetzt ist immer alles, was aus China kommt, so ein bisschen unklar, ja. Und wir sehen, es ist auch nichts, nichts von dem, was ich hier beschreibe, passiert morgen. Ich glaube, das ist auch wichtig. Jetzt wird erstmal darüber geredet, ja. Aber dass überhaupt darüber geredet wird, dass ein Trump in Sachen Bitcoin, übrigens ganz wichtig, das ist ganz, ganz wichtig, weil wir immer hören, immer decken die Amerikaner ihren Dollar mit Bitcoin, ja. Das glaube ich nicht, dass irgendetwas Offizielles passieren wird. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, weil das ist das, was wir uns immer vorstellen. Ja, da gibt es eine große Konferenz und dann sagen sie, ja, wir decken jetzt unseren Dollar mit Bitcoin und bla, bla, bla. Nein, das war auch beim Petrodollar nie so. Es geht immer nur um das, was faktisch existiert, nicht um das, was bei der Pressekonferenz oder irgendwo verschriftlich vorgefunden wird. Das ist ganz, ganz entscheidend, dass man eben Fakten schafft, ja. Und eines der Fakten ist eben, und das sieht man ja ganz banal, wenn man zum Beispiel auf Binance oder Bitfinex geht, brauche ich ja auch nur Stablecoin Dollar, oder? Also ich brauche ja keine Stablecoin Euro. Und dasselbe gilt eben in Asien, dasselbe gilt in Afrika und dasselbe gilt in Südamerika, dass die Menschen natürlich dankbar sind, wenn sie dort auf Stablecoin Dollar zugreifen können. Und wenn du zum Beispiel in Indonesien oder in den Philippinen Gesetze siehst, die gegen Krypto vorgehen, dann geht es meistens nicht um Bitcoin, das ist denen in Wahrheit egal, sondern es geht darum, dass die Leute umsteigen auf Tether und diese lokalen Politiker ihren Einfluss und ihre Macht über die Währung verlieren. Und so, und jetzt sehen wir uns an, was passiert. Wir haben mit El Salvador den extremen Weg, aber El Salvador war eben schon vor Bitcoin dollarisiert. El Salvador ist eine Dollar-Economy. Argentinien geht den Weg der offenen Dollarisierung im Sinne von Währungswettbewerb, was meiner Meinung nach auch der smarteste Weg ist. Aber dass Milley ganz klar auf der Seite des Westens steht, in diesem kalten Krieg, der sich da auch auftut, sollte auch klar sein. Und wie du sagst, naja, Amerika zementiert. Ich meine, das muss man eben auch vor dem Hintergrund sehen. Man muss das auch vor dem Hintergrund sehen, dass wir es zu tun haben mit einer wachsenden Spaltung der Welt wieder wie im Kalten Krieg in einen einigermaßen freien Westen und einem total autoritären Osten. Und dass Amerika natürlich die Führungsmacht des einigermaßen freien Westens ist und bleibt. Jetzt kann man über viele Dinge diskutieren, was Geheimdienste, Überwachung, Menschenrechte usw. betrifft im Westen. Gar keine Frage. Aber in diesem direkten Vergleich steht der Westen da noch besser da. Also sehr, sehr spannend zu sehen. Also eigentlich setzt Amerika nur das weiter fort. Jetzt ist Bitcoin als nächstes da, aber es wird weniger, jetzt sage ich mal, als idealistisches, freies Geld, was Anonymes mehr gebraucht, sondern wirklich ganz knallhart integriert in den Machtapparat Amerikas, in ein kapitalistisches System. Und da jetzt ist die Frage an dich, war das nicht eigentlich von vornherein zu erwarten? Also mit all den Gegebenheiten von Bitcoin, es wird sich weiter aussehen, es wird immer mehr Zulauf hin, dass das unausweichlich gewesen ist? Also ich habe auf jeden Fall damals gesagt bei den ETFs, dass das unausweichlich gewesen ist. Und ich bin grundsätzlich jemand, der sagt, und da bin ich auch sowohl mit Sela als auch mit Peter Kotosek komplett d'accord, der sagt, über die Dinge, die man nicht ändern kann, sollte man sich nicht allzu sehr den Kopf zerbrechen. Das ist auch die klassische, historische Herangehensweise. Es ist aber schon so, dass das Argument nicht von der Hand zu weisen ist, zu sagen, naja, wenn Bitcoin schon jetzt aufgenommen wird von, so wie du richtig sagst, es kommt übrigens, das werde ich als Titel nehmen, USA krallen sich knallhart Bitcoin, dann sollten die Bitcoiner, denen das jetzt sozusagen auch abgenommen, abgekauft, was auch immer wird, sich das nicht allzu billig abkaufen lassen. Das heißt, Forderungen stellen, klar sein, natürlich, es gibt ein Recht auf self-hosted, von unhosted sprechen wir ja schon gar nicht mehr, das war ja auch eigentlich ein Sieg der Bitcoiner. Und andere Dinge, die uns wichtig sind, dass die dann auch hineinkommen und in diesen Ethos, in diese nächste Epoche auch hineinkommen und wir jetzt nicht Bitcoin als Teil eines totalen Überwachungskapitalismus machen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil sonst dann wäre auch diese Peer-to-Peer-dezentrale Mission komplett gescheitert. Man darf das auch nicht absolut sehen, also nur weil Amerika sich, wie du sagst, knallhart Bitcoin krallt, um seine eigene Einfluss und Macht fortzusetzen, heißt das ja nicht, dass alle Bitcoin in diesem System sind. Das heißt, das freie Bitcoin-Netzwerk muss ja weiterlaufen, damit überhaupt das, unter Anführungszeichen, der unfreie Teil von Bitcoin einen Wert hat. Ohne das freie Bitcoin-Netzwerk hat diese Bitcoin in den ETFs keinen Wert. Dann ist es wirklich nur noch eine reine Spekulation auf Beanie Babys und so weiter. Und dann hast du tatsächlich die Gefahr, dass du deinen Dollar baust auf einem Standard, der nirgendwo eine Verankerung hat. Und das ist schlecht. Das ist schlecht. Das heißt, du willst ja, die Basis des Ganzen ist schon, dass Bitcoin von den Menschen direkt adoptiert wird als Wertspeicher und das ist dann auch nicht zu trennen von Bitcoin als Transaktionswerbung. Das heißt, dieser Konflikt, wie der ausgeht, ist in meinen Augen auch noch offen. Ich glaube nur, dass das der nächste Schritt sein wird, dass wir weniger hören von Zahlungen im Alltag, Lightning Network und mehr hören von Store of Value. Das heißt aber nicht, dass wir nicht in zehn Jahren dann den Schritt gehen vom Bitcoin-Dollar auf nur Bitcoin. Das ist schon möglich und das ist auch nicht auszuschließen. Also so gesehen macht es ja auch Sinn für uns, also Bitcoin, also für jeden, sich auch dafür zu öffnen, für die Möglichkeiten, weil wenn wir verhärtet jetzt auf einer Seite festhalten würden, dann, aber wie du es eben schon gesagt hast, wir haben für das große ganze Spiel keinen Einfluss. Dementsprechend uns auch wirklich, ja, wenn die großen Mächte ihre Entscheidungen treffen, treffen sie ihre Entscheidungen und für uns ist es ja immer noch sehr, sehr ratsam, einfach Bitcoin weiter zu erwerben, sich ja zu verwahren, um dann eben, wenn Bitcoin, sag ich mal, auf Store of Value Sicht, was jetzt Sailor und BlackRock und so weiter und Trump in die Welt bringen wollen, dann ist ja immer noch die Kaufkraft auf unserer Seite, nur eben vielleicht nicht so idealistisch gesehen, dass es alles Anonyme ist und dass alles über Bitcoin läuft und so. Also es ist ja nichts nur Schlechtes, nur ein gewisser Traum, wenn ich das nicht so richtig verstanden habe, wird so ein bisschen ausgeträumt, das heißt aber nicht, dass nicht trotzdem ein großer Vorteil dadurch besteht, jetzt Bitcoin zu halten. Ich bin mir nicht mal sicher, dass der Traum automatisch ausgeträumt ist. Das möchte ich gar nicht sagen. Ich sage, die Gefahr besteht, dass es in diese Richtung geht, das heißt aber nicht, dass es automatisch passieren muss. Also es wird auf jeden Fall besser sein, als das, was wir jetzt haben. Also das ist schon mal garantiert unter Anführungszeichen. Nein, nein, also ich möchte nicht sagen, dass der Traum ausgeträumt ist, sondern was ich sagen möchte, ist, dass man beide Seiten dieser Entwicklung sehen muss, weil inzwischen sind wir wirklich so weit, dass wir sagen können, diese Entwicklung könnte stattfinden. Es ist ja auch noch nicht fix. Aber wir haben, gewisse Dinge haben wir jetzt schon. Also dass du bereits über Dollar und Dollar Stablecoins vor allem in erster Linie Bitcoin handelst, ist bereits so. Das ist über die ETFs noch einmal massiv, massiv, massiv verstärkt worden. Deswegen haben ja auch die anderen reagieren müssen. Deswegen gibt es ja in China inzwischen auch schon ETFs. Okay, das ist mal Punkt eins. Punkt zwei ist, dass über Stablecoins die Welt dollarisiert wird, ist bereits so. Auch das ist etwas, das in Wahrheit vielleicht gar nicht beabsichtigt war. Ich weiß es nicht. Das ist einfach geschehen, weil natürlich der Dollar, wenn der Dollar die Weltreserve, Weltleitwährung ist und ich habe in Argentinien oder Venezuela oder in Ägypten oder der Türkei die Möglichkeit, das direkt zu nutzen und nicht über den Umweg noch einer zusätzlichen 70%-Infusion meiner eigenen Fiat-Währung, ja natürlich mache ich das. Da gibt es überhaupt nichts daran auszusetzen und die Gefahr quasi sich dann einer privaten Stablecoin wie Tether auszuliefern, ist immer noch geringer, als sich der Notenbank von der Türkei auszuliefern, ja also da verstehe ich jeden, der das macht, okay. Das heißt, diese Dinge geschehen ja bereits und wie gesagt, es geht beim Fiat-Manage in erster Linie um Nutzen, also Usage-Demand, ja also wie viele Dollars werden nachgefragt, damit man eben in diese Nachfrage hineindrucken kann, um es vereinfacht zu sagen. Das heißt, es ist nicht automatisch, dass deswegen Bitcoin, sozusagen der Bitcoin-Traum einer direkt zugänglichen, offenen Netzwerkwelt ausgeträumt ist, aber ich glaube, dass einhergehen wird mit dieser Institutionalisierung von Bitcoin auf einer Finanz- und einer Zentralbank-Ebene ultimativ, auch natürlich, ja, eine Zweiteilung oder sogar eine Dreiteilung der Welt stattfinden wird in quasi die offizielle weiße KYC-EML-Wirtschaft, wo das alles mühsam hineingedrängt wird in diese Überwachungs-Fiat-Welt, in der wir heute schon leben und andererseits hast du immer diese offene Peer-to-Peer-Welt, die du bei Bitcoin immer haben wirst und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig, an der auch zu arbeiten und zu sehen, was dort passiert, weil das ist für mich quasi, auf Deutsch sagt man der wilde Westen, aber der wilde Westen klingt zu negativ, das ist die Frontier, also das ist quasi der nächste Step, den wir gehen müssen, auch als Menschheit eigentlich, um diesen freien Markt zu ermöglichen, das heißt, ich applaudiere allen, die in diesem Bereich arbeiten und ich bin auch nicht der Meinung, dass wir da einen Konflikt vom Zaun brechen sollten, ich sage nur, es ist die Gefahr, dass wir da einen Konflikt sehen werden, wenn du Sela auch genau zuhörst, er sagt dir nicht, Bitcoin wird den Dollar oder Bitcoin wird als Zahlungsnetzwerk nie eingesetzt werden oder Bitcoin wird den Dollar niemals potenziell ablösen können, er sagt nur, reden wir nicht ständig drüber, das ist ein Unterschied, er sagt, lasst uns mal den Store of Value Teil hier etablieren und gleichzeitig an den Tools basteln oder impliziert das, und an den Tools wird ja auch gebastelt und das ist auch wahnsinnig wichtig, dass er einen Tools geht, also ich möchte niemanden quasi, der an einem Lightning Tool oder anderen Layer 2, Layer 3 Solutions arbeitet, der direkt an Bitcoin arbeitet, in irgendeiner Form entmutigen, ganz im Gegenteil, ich glaube sogar, dass es jetzt noch viel wichtiger sein wird, eben auf diesen Kernkompetenzen von Bitcoin zu beharren und darauf zu pochen und sie weiter auszubauen und dass wir es hier mit einer Art Rüstungswettlauf eigentlich zu tun haben, den wir ohnehin mit den Staaten immer kämpfen, wenn es um Kryptografie und Technologie geht, ja und, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen, okay, wenn die Amerikaner wirklich das tun, also wenn sie jetzt wirklich sagen, wir wollen Bitcoin nutzen, um den Dollar ins 21. Jahrhundert zu hieven und damit unsere Stellung zu bewahren, dann bedeutet das ja auch, dass sie Bitcoin braucht, also das ist ja, das ist ja schon mal ein unglaublicher Stamp, also was ist unglaublich, das kann man ja gar nicht in Worte fassen, wie wichtig dieser Stamp of Approval ist für Bitcoin, zu sagen, das ist, wir nehmen das so ernst, dass wir bereit sind, zumindest einen Teil unserer Hegemonialstruktur auf diesem Bitcoin Ding aufzubauen, das ist crazy in Wahrheit. Um dich da nochmal abschließend so zusammenzufassen, das heißt, du sagst nicht die eine oder die andere Richtung, sondern, also nicht so absolut, das eine oder andere schwarz oder weiß, sondern, dass wie beides nebeneinander existieren kann und, dass wir, ja uns öffnen dürfen für beide Varianten und, dass es sowohl das Peer-to-Peer-Zahlungsnetzwerk weiterhin sein kann, aber auch eben integriert in das, ich sag mal, kapitalistische Macht, ich sag mal, Machtsystem, kann man ja so nennen, Amerikas, wo es, wie Sailor, BlackRock und so weiter sagen, hey, Bitcoin und Dollar werden enger miteinander verwoben und dass es dann tatsächlich mehr auch in die Richtung von Stablecoins geht, was ja eh schon viel passiert, automatisch, richtig? Genau, genau, dass du, dass du, dich nicht entmut, dass wir uns nicht entmutigen lassen von diesen Entwicklungen, dass wir das aber auch nicht, nicht nutzen jetzt, um wieder die nächste, unsere Energie zu verschwenden, das nächste Hochhaus anzuschreien, ohne dass es was bringt. Es war, wir sagen, wir wollen mit Bitcoin Staat und Geld trennen. Das, was ich gerade beschrieben habe, ist nicht unbedingt die Trennung von Staat und Geld. Das muss man jetzt mal ganz klar sagen. Also, was wir hier sehen, ist möglicherweise auch ein Zwischenschritt. Ja, wir sagen, wir sagen, Bitcoin hat so eine Bedeutung als, 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 als Aufsaugmechanismus für die ganze Inflation in der Welt, dass die wichtigste, größte Nation der Welt, also im Sinne von Power, äh, äh, das nutzt, um ihre eigene Position gegenüber ihren, ähm, Gegnern in der Welt, Feinden in der Welt abzusichern. Es gibt ja da, ähm, ich habe das schon ein paar Mal erwähnt, es gibt da diese Serie, Devils heißt die, das ist eine britisch-italienische, ähm, Bankerserie, wo es um, ähm, einen, einen Banker geht, Patrick Dempsey, das ist Mac Dreamy von, von Grey's Anatomy, für, für die, die den noch kennen, äh, spielt einen Banker, der, zwar in London als amerikanischer Banker sitzt, aber in Wahrheit für die amerikanischen, ähm, Geheimdienste den Finanzkrieg gegen China führt. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sagen, wir sind bereits in diesem, in diesem Finanz, Informationskonflikt zwischen den, den, ähm, Großmächten. Vielleicht waren wir auch immer in dem, ja, vielleicht muss man, ist es einfach nur naiv zu sagen, da gab es mal Frieden, da gab es wahrscheinlich nie Frieden, ja, da gibt es immer diese Konflikte, weil diese Großmächte haben Interessen und da stoßen sie irgendwann aneinander. Und da gibt es eben eine eigene Folge in dieser Serie, die heißt Satoshi Nakamoto. Und da geht es genau darum, da geht es darum, dass Amerika Bitcoin und diese Freiheitsaspekte von Bitcoin auch nutzt, um, ähm, sich gegen China durchzusetzen, weil natürlich in China die Gefahr, dass Bitcoin, ähm, von den Menschen genutzt wird, noch viel größer ist, als, äh, als, ähm, in, in, in Amerika, weil du, weil du, in China ist sozusagen die individuelle Freiheit gar nicht vorgesehen. In Amerika gibt es eben diesen Kampf zwischen mehr Staat oder mehr individuelle Freiheit. Bei uns in Europa gibt es diesen Kampf auch, aber er ist ein bisschen abgeschwächt, weil, weil wir halt so sind, wie wir sind, ja. In Amerika ist das ein bisschen offener, wird das ein bisschen klarer ausgetragen. Da wird auch klarer gesagt, nein, ich hätte gerne hier Live, Liberty, Pursuit of Happiness, das war der Deal, wo ist mein, wo ist mein Live, Liberty und Pursuit of Happiness hier, ja. Ähm, und Amerika braucht ja auch, ähm, unbedingt eine Rückkehr zu diesen Werten. Also das ist ja auch ganz, ganz offensichtlich, dass Amerika, ähm, sich auf das besinnen muss, wenn es sich selbst retten möchte, wenn es den Westen retten möchte und wenn es gegen, ähm, dem Osten bestehen möchte. Das heißt, diese Umstellung von, von, von einem Petrodollar auf einen Bitcoindollar wird ja auch nicht einhergehen, ähm, einfach so. Das wird ja jetzt nicht automatisch nur die, die, das System einfach verlängern, sondern da muss man eben auch, ähm, ganz stark eben auch zurückkehren zu einer, einer viel öffneren, viel freieren Gesellschaft, ähm, einer viel, und das, da spielt eben rein, sie wird umso freier, je stärker auch die eigentlichen Bitcoin-Tools genutzt, erhalten und um sie gekämpft werden, ja. Das wird ein wichtiges, politisches, ähm, ein Feld. Es geht nicht darum, bist du pro oder bist du, bist du, bist du gegen Bitcoin, sondern es geht dann darum, für welche Variante von Bitcoin bist du? Wie viel Freiheit erlaubst du oder willst du für die Bitcoiner erlauben, quasi auf politischer Ebene? Ähm, aber das kommt erst später. Jetzt kommt erst mal Trump, der sagt, ich bin für Bitcoin und der wird auch sagen, hey, ich bin für Self-Hosted Wallets, ich bin dafür, dass du dein, dass wir das Recht verankern, äh, Bitcoin zu nutzen und das ist schon mal ein wichtiger Schritt, ja. okay, ähm, das heißt, und so kommt ja dann auch Bitcoin ins Land, also, ja, da muss ja, man will ja auch Bitcoin mal nach einem Jahr erholen. Ähm, das heißt, das ist, glaube ich, die, 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 die große Herausforderung der nächsten, ähm, 10, 20 Jahre. Wir reden da wirklich von langen Zeiträumen, die jetzt nicht von heute auf morgen wieder vorbeigehen werden. Ja, Bitcoin wird jetzt, ist jetzt 15, na, warten wir mal ab, wenn Bitcoin 18 ist und der Ernst des Lebens wirklich beginnt, ja, ähm, das ist dann erst nach dem nächsten, 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 nächsten Habe. Ja, aber Bitcoin hat jetzt eben jetzt eine niedrigere Struktur-Flow-Ratio aus Gold, das ist jetzt härter als alle anderen Assets und ist jetzt quasi in der Lage, in diese Rolle hineinzuwachsen, von der wir hier sprechen, die wir auch nicht genau definieren können, wie sie aussieht, aber die ganz anders sein wird, als sie in den letzten 15 Jahren war. Ich glaube, das ist, ist, ist ganz offensichtlich und das geht eben einher. Ja, wir sehen es ja, nicht? Wir sehen es bei Miele in Argentinien und ich glaube, dass auf der gesamten Ebene bis hin zum verhassten World Economic Forum, deswegen war er ja dort, wird jetzt geswitcht von mehr Staat, mehr Kontrolle auf, ah, shit, wir müssen vielleicht doch ein bisschen hier Marktwirtschaft zulassen, so, ja, also es wird jetzt wieder in diese Richtung gehen und ich glaube, dass dafür die Großwetterlage im gesamten Westen, also bereit ist, also das sehen wir ja auch in Deutschland, in Österreich, in Europa, wir sind ja auch, ja, also ja, auch nur noch beschwerend darüber, viel mühsam, alles ist, Infektion, Steuern, Bürokratie und so, ja, das muss alles runter und da gibt es nur den Weg, aber Bitcoin ist das perfekte Tool dafür, sagen wir so, im nächsten Schritt eben wird es zu einem politischen, politischen Thema und darauf sollten wir vorbereitet sein, mental, aber ja, wenn du die Frage gestellt hast, ob es gut ist, jetzt schon in Bitcoin zu sein, vor dem Hintergrund, egal in welche Richtung es geht, würde ich sagen, ja, es ist wahrscheinlich kein Fehler. Ja, das ist eine schöne Quintessenz, egal in welche Richtung es sich entwickelt oder wo die primäre Ausrichtung hingeht, in beiden Fällen, das ist für uns, jetzt sage ich mal, als Endnutzer sinnunddienlich, weiterhin Bitcoin zu sparen, es sicher zu verwahren und dann einfach zu gucken, okay, in welche Richtung entwickelt sich das hin. Ich habe jetzt noch eine Frage an dich, du hast gesprochen, Bitcoin ist jetzt 15, mal gucken, wie es ist, wenn es 18 ist, welche Rolle dann Bitcoin einnehmen will und wird. Frage an dich direkt, Nico, was siehst du so deine Rolle, auch mit deinem finanzjournalistischen Hintergrund, Politik, Geldsystem, wie siehst du deine Rolle oder so in den nächsten Jahren, wo hast du richtig Bock drauf, darüber zu sprechen, Menschen zu informieren, hol uns da gerne mal ab. Also, es ist schon allein deswegen, weil wir reden ja jetzt von Bitcoin als Asset, aber es ist ja schon allein deswegen schon wichtig, dass wir schon mit Bitcoin beschäftigt sind, weil wir ja bereits auch unser Mindset in diese Richtung geändert haben, ja, weil wenn du dich direkt mit Bitcoin, wenn du Bitcoin direkt nutzt und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für uns, als einer der Elemente, wenn wir sagen, wir kämpfen auch für Bitcoin als freies Netzwerk, das jeder nutzen kann, dann auch, dass dieser mentale Shift eben nur dann wirklich zustande kommt, wenn du es auch nutzt, wenn du es nur irgendwo in einem ETF liegen hast, als reines Spekulationsobjekt, dann wird dir das alles verschlossen bleiben und ich glaube, das ist schlecht, weil, wenn du es, wenn es dir nicht verschlossen bleibt, wenn du dich damit beschäftigst, dann kannst du auch diesen Shift, den wir jetzt meiner Meinung nach sehen werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, besser begreifen. Was meine ich damit? Eben weg von einer rein staatlich kontrollierten, fast schon sozialistischen Welt in wieder eine stärker freiere, kapitalistische, marktwirtschaftlich orientierte Welt auf Basis von Bitcoin, wie die auch immer ausgestaltet sein möchte, ja, mit mehr oder weniger direkter Bitcoin-Nutzung, aber Bitcoin wird eine wichtige Rolle spielen. Und wenn du bereits vorher in der quasi ersten Phase von Bitcoin oder in den ersten 15 Jahren von Bitcoin dabei warst, dann bist du viel empfänglicher für diese Art, die Welt zu sehen, ja, und ich glaube, das ist wichtig, weil wir quasi jetzt das Personal, sage ich mal, bereits vorbereitet haben für die neue Welt, und es muss ja eben, es spielt sich ja alles auf individueller Ebene ab, wir brauchen ja die Individuen, die in der Lage sind, überhaupt sich zu orientieren in einem derartigen Umfeld, vor allem in Europa, in Amerika hast du ja diesen Freiheitstrang stärker, aber in Europa fehlt uns der leider komplett und wir werden den entwickeln müssen, auch aufgrund der Gefahrenlage der internationalen geopolitischen Entspannungen, Entspannungen, Spannungen und so weiter, ja, und meine Aufgabe hat sich im Grunde nicht verändert, ich habe immer gesagt, zuerst erklären wir der Welt Bitcoin und dann erklären wir den Bitcoinern die Welt, ja, und das meine ich nicht gerade journalistisch und nicht arrogant, sondern ich komme halt noch aus dieser alten journalistischen Schule, dass ich sage, ich sehe mir da auch beide Seiten an, ich versuche da auch neutral zu bleiben, ich habe natürlich meine eigene Meinung und ich habe auch kein Problem damit, die durchscheinen zu lassen, ich habe auch kein Problem damit, sich zu verändern und euch alle dabei teilnehmen zu lassen, wie sie sich verändert, weil ich glaube, es ist authentisch, es ist eh logisch, dass Menschen ihre Meinung ändern, ja, viele von den Journalisten, die Bitcoin 2011 gehasst haben, kommen nicht über ihr Ego hinweg und haben deswegen bis heute keine Bitcoin, ja, doof, ja, aber da geht es eben auch darum, zu sagen, naja, es gibt positive und negative Dinge an allen Dingen, es gibt, auch wenn ich mich jetzt dafür schlagen werde, auch positive Dinge an Fiat, meine ich, also auch die Dinge rund um uns herum, die heute aufgebaut wurden, haben wir ja mit dem aufgebaut, klar, mit vielen negativen Effekten, aber es gibt auch positive, sonst hätten wir es ja nicht gemacht, also die Menschen sind ja nicht so, dass sie sich endlos zu kompletten Wahnsinn zwingen lassen, eine Zeit lang leider Gottes schon, das haben wir in der Geschichte gesehen, aber nicht endlos, die, die, einfach einen Wegweiser dazu zu finden und aber auch teilzuhaben an dieser Renaissance, die wir ja auch schon sehen können, ich meine, ich habe jetzt schon über 150 Folgen gemacht, die wir sehen können an den Leuten, die bei mir im Podcast sind, deswegen ist mir ja das Reden mit den Leuten so wichtig, weil so viele verschiedene Menschen aus so vielen verschiedenen Ecken eben in diesem Bitcoin-Ding auch Hoffnung sehen, Michael Saylor sagt selbst, Bitcoin ist Hoffnung, weil wir Hoffnung sehen, was Neues aufbauen zu können und das eine ist, wie wir daran arbeiten, wie wir diese Bitcoin-Basis auch vor dem Hintergrund eines möglichen Bitcoin-Dollars, vor dem Hintergrund der politischen Vereinnahmung von Bitcoin machen, aber das andere ist auch, wie wir unsere eigenen, was wir eigentlich mit unserem eigenen Leben machen, ja, wir hatten ja, ich habe ja bei mir im Podcast gehabt, letztens den Ratoshi, der kommt erst, der schreibt Science-Fiction-Geschichten, ich hatte die Anja da, die ist unterwegs, um die Bodengesundheit zu verbessern, also was ich damit sagen möchte, es gibt viele Menschen, die arbeiten auf Basis von Bitcoin, mit Hoffnung durch Bitcoin, aber nicht unbedingt direkt an Bitcoin und es können ja auch nicht für alle Zeiten alle Menschen direkt an Bitcoin arbeiten, das heißt, wir haben die Herausforderung einerseits das Politische im Auge zu behalten, darüber zu informieren, das für die Bitcoin auch so aufzubereiten, dass sie verstehen, wo braucht es vielleicht ein Tool, wo braucht es Einsatz, wo braucht es auch vielleicht politisches Aktivwerden, aber auch auf der anderen Seite, denen, die durch Bitcoin auch zu einer gewissen Freiheit, ökonomischen Freiheit oder auch Freiheit des Denkens gekommen sind, dabei zu helfen, sich zu überlegen, ja, was mache ich denn jetzt eigentlich auf Basis dessen, weil Bitcoin generell, sage ich jetzt mal, ökonomische Freiheit ist ja nur etwas, das dich freischaltet, aber da musst du immer noch etwas tun, ja, und das sind so die Leitlinien, wo ich helfen möchte, wobei eben viel jetzt dabei mit beschäftigt sein wird in den nächsten Jahren, das zu beobachten, was da jetzt auf politischer Ebene passiert, weil ganz ehrlich, Johannes, damit, was jetzt passiert, dass wir jetzt allen Ernstes unironisch über den Bitcoin-Dollar sprechen, darüber, dass Trump über Bitcoin redet, dass das alles so zusammenpasst, auch mit der Geschichte des Dollars, mit dem Petrodollar, mit dem Goldstandard, mit der Frage, wer ist denn jetzt die dominante Macht im 21. Jahrhundert, ist es der Westen, ist es der Osten und dass Bitcoin da so eine bedeutende Rolle spielen könnte, das hätte, also wenn du mir das vor zweieinhalb Jahren gesagt hättest, hätte ich dir gesagt, gerade hier, vergiss es, wird niemals passieren und jetzt passiert es und es passt natürlich auch, also, wenn Bitcoin das ist, wofür wir es halten, dann ist es auch komplett verständlich, dass die Reichen und Mächtigen der Welt versuchen werden, das für sich zu nutzen, und ich glaube, dass das ganz entscheidend ist, dass wir das auch akzeptieren, weil wir können es nicht verhindern, aber dass wir wissen, dass wir die Möglichkeit haben, A, aktiv daran mitzugestalten, indem wir Tools bauen, indem wir politisch arbeiten und B, die Möglichkeit haben, auch abseits von dem, unser Leben zu leben, weil das die Reichen und Mächtigen ihr Ding machen, das ist halt in der Ventures-Geschichte immer auch schon so gewesen. Wunderschön. Gibt es zum Abschluss noch etwas, was du jetzt allen, die bis hierhin zugeschaut haben, mitgeben möchtest, wo du sagst, ja, das ist dir noch ganz wichtig, jetzt hier auszusprechen, loszuwerden, was du gerne teilen möchtest? Wenn ihr jetzt das als Anlass nehmt, euch zu sagen, ich mache jetzt noch mal einen Anlauf, meine Freunde und Familie und Arbeitskollegen zu Orange spielen, ist es wahrscheinlich nichts schlau zu sagen, schau mal, der Trump mag Bitcoin, weil der Trump, der Trump wird halt in unseren, diese ganzen Dinge, alles, vielleicht das, diese emotional aufgeladene Debatte über Leute wie den Trump, lasst uns sie nicht in die Bitcoin-Welt hineintragen. Lasst uns nicht, lasst uns nüchtern bleiben und lasst uns nicht diese moralisch verblasene Fiat-Schreierei hier kopieren. weil das ist das, was Bitcoin meiner Meinung nach uns allen ganz, ganz am Anfang bringt, ist, es setzt uns auf einen Wertstandard und das bedeutet, dass wir offen miteinander reden können, viel offener und viel direkter, als das vorher möglich war und das ist für mich der Kern auch dieser, sage ich mal, neuen Welt, in der du dann auch wieder ein bisschen, ein bisschen freier von der Liebe weg arbeiten kannst und ich bin ein, wie gesagt, Bitcoin als Kapital im Sinne von einem neu erfundenen Kapitalismus, ich finde das toll, ich bin ein großer Fan des Kapitalismus in seiner quasi reinen Form und Bitcoin wird auf jeden Fall, selbst wenn der Bitcoin-Dollar jetzt umgesetzt wird, selbst wenn Bitcoin wirklich vom Fiat-System vereinnahmt wird, wird es aufgrund seiner technischen Beschaffenheit ein ganz, ganz klares Gegengewicht zu Fiat darstellen, das heißt, es wird wieder ein Korsett geben für die Infusion und das bedeutet, dass der Staat, das sozialistische, dieses Partialistische automatisch zurückgefallen wird und werden muss. Die Frage ist nur, schaffen wir es, das langsam zu tun? Mises hat darüber gesprochen, geben wir das freiwillig auf und ich glaube, Bitcoin ist der Weg, es freiwillig langsam aufzugeben und einen Übergang in eine neue Welt zu schaffen und wenn wir es weiter aufblasen, dann bricht es irgendwann zusammen und wir haben wirklich eine Katastrophe. Also es gibt ja dieses Argument, dass Bitcoin gerade noch rechtzeitig gekommen ist, um den dritten Weltkrieg zu verhindern und wenn das, wenn man das so sehen, will, dann kann man das auch so sehen vor dem Hintergrund dessen, was jetzt mit Bitcoin in Amerika passiert, weil auch die ganze Softwaregeschichte und so, also da tut sich auch so wahnsinnig viel, wenn jetzt die Amerikaner und die Chinesen und die Russen und die Europäer Bitcoin nutzen und quasi Bitcoin nutzen, um auch wieder eine Basis zu finden, auf der sie in den nächsten 100 Jahren einigermaßen zusammenarbeiten können, ohne sich die Köpfe einzuschlagen, dann ist damit schon so viel erreicht, dass wir thank God for Bitcoin sagen können oder thanks to Toshi for Bitcoin und alles andere werden wir dann sehen, aber was war nochmal die Frage? Was deine abschlussenden Worte sind, was du den Menschen einfach mitgeben möchtest? Ich bleibe dran und ich hoffe, dass es möglich ist, eben das Ganze zu machen, ohne Sensationshascherei und ohne oder zumindest mit dem Versuch, es gibt auf beiden Seiten dieser Welt, sowohl in der Fiat-Welt als auch in der Bitcoin-Welt dieses gefährliche Halbwissen, ich sage jetzt nicht, dass ich das gesamte Wissen in mir vereint habe, ich sage nur, wir sollten die Dinge, die wir nicht wissen, offen ansprechen und auch zugeben, wenn wir sie nicht wissen und die Offenen fragen, all diese Dinge, die da jetzt passieren, sind ja nicht in den Stein gemeißelt und es ist auch ganz wichtig zu sagen, es gibt ja auch innerhalb dieser Staaten und innerhalb dieser Eliten Fraktionen und diese Bitcoin-Pro-Fraktion ist natürlich die, die zurück möchte zu einer Art ein bisschen ehrlicherem Marktwirtschaft und Kapitalismus und das finde ich positiv. In welcher Form das passiert, werden wir sehen, dass jetzt die Zeit dafür gekommen ist, ist meiner Meinung nach evident, weil die Überschuldung kann so nicht weitergehen, die Inflation kann so nicht weitergehen, wir machen uns in allen Lebensbereichen einfach kaputt, das wissen wir inzwischen. Letztens habe ich so ein Video gesehen, so eine Van-Liferin, die immer im Bekini rumhüpft, damit die Leute besser klicken, die hat 90.000 Klicks, aber da geht es überhaupt nicht um Van-Live, da geht es nur darum, dass sie sich die Miete nicht leisten kann. Und das sind natürlich diese Auswirkungen, dieses End-of-Fiat-Auswirkungen, die wir jetzt sehen. Und Bitcoin kann uns da gesellschaftlich auch rausziehen und ich glaube, wir fangen jetzt an zu begreifen, dass das Bitcoin fixest ist, aber nicht durch irgendeine Form von Magie, Sondern das wird ein Prozess, der wird länger dauern, als wir glauben. Vieles wird aber auch schneller gehen, als ich glaube. Und es wird ganz anders, als wir es bis jetzt gesehen haben. Wenn wir auf diese Ebene kommen, dann wird dieser Prozess ganz anders aussehen, als wir es bis jetzt quasi in dieser, sage ich mal, reinen Bitcoin-Welt gesehen haben. Und darauf sollten wir zumindest mental vorbereitet sein. Das sind noch wunderschöne Worte zum Abschluss. Nico, ich danke dir. Es war für mich auch eine spannende Erfahrung, einfach mal dich zu interviewen und einfach mal deine Sichtweise zu hören, wo du es ja sonst in deinem Podcast andersrum machst. Vielen Dank. Ich freue mich da auf mehr. Ich finde es sehr, sehr spannend, was du zu teilen hast. Ich höre dir sehr, sehr gerne zu. Du hast sehr, sehr viel zu teilen und das ist sehr, sehr großartig.